Wir alle sind von massiven Energiepreissteigerungen betroffen. Ich auch. Bislang zahlte ich 51 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt habe ich gerade die zweite Erhöhung in diesem Jahr bekommen. 81 Cent muss ich jetzt pro Kilowattstunde bezahlen. 60 Prozent mehr. Was hilft dagegen? Die Eigenenergieproduktion. Sie können sich selber mit Energie für Komfortstrom, Wärme und Mobilität versorgen. Aber was kostet das? Hier ist Eigenenergie, das SCM Magazin. Mit Stefan Korneck, Geschäftsführer von SCM Energy. Hallo Stefan. Worum geht es? Es geht um die Sektorenkopplung. Es geht nicht nur um den Komfortstrom für die Geräte zu Hause. Es geht auch um die Wärme. Es geht auch um die Mobilität. Also alles drei. Sie können das selber produzieren und sich frei oder weitestgehend frei von externen Energiekosten machen. Wer Eigenenergieversorgung aufbaut, der ist in der Lage, die Energiekosten zu beherrschen und kalkulieren zu können. Ist das so, Stefan? Genau darum geht es. Energiekosten einfrieren, auch Nebenkosten einfrieren, laufende Kosten einfrieren, um höchstmögliche Planbarkeit und in Verbindung mit Unabhängigkeit zu gewährleisten. Ich glaube, das ist das, was die meisten Leute sich wünschen. Und immer wieder die gute Nachricht, wir haben die Lösung. Ja, wenn Sie sich mal eine Grafik anschauen wollen, dann sehen Sie die aktuelle Strompreisentwicklung, die es so in den letzten Jahren gegeben hat. Und Stefan, da sehen wir, das ist ja noch alles einigermaßen moderat gewesen. Aber jetzt, jetzt im Postleitzahlengebiet von SCM Energy liegt der aktuelle Mindestpreis, wenn Sie einen neuen Stromvertrag haben wollen, liegt bei 63,89 Cent. Ist das so? Das wirkt ja wie ein Schnäppchen gegenüber dem, was du jetzt bezahlen musst. Ja, allerdings. Mit den 81 Cent. Ja, also das gibt verschiedene Anbieter, die tatsächlich da Wahnsinnspreise gerade machen. Aber auch regionale Anbieter, Stadtwerke haben mir da Preise genannt, wo tatsächlich eine 7, manchmal sogar eine 8 schon dann da vorne steht. Und das ist schon unglaublich. Ich würde immer wieder behaupten, dass das nicht langfristig so bleibt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, ganz einfach, weil das auch keine realen Preise sind. Das sind doch keine Preise, die mit wirklich echten Erzeugerkosten im Durchschnitt zu tun haben. Da haben wir schon auch das eine oder andere Mal schon in anderen Sendungen drüber gesprochen. Sondern es hat viel mit dem Gaspreis zu tun. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir hier eine Art Überhitzung gerade wahrnehmen, Strom wird dauerhaft günstig werden, aber nur über Eigenenergie. Das ist meine feste Überzeugung. Und Strom wird immer zu bestimmten Zeiten auch ein Stück weit teurer zugekauft werden, als wir es in den letzten 10, 15, 20 Jahren kaufen durften. Stefan, ich habe noch nie eine Strompreissenkung bekommen. Ich hatte noch keine Angeschreibung und gesagt, Herr Ferenzki, Sie haben Glück, Ihre Energiepreise sinken. Solange ich lebe, sind die Energiekosten praktisch gestiegen. Und wenn sie mal sinken sollten, dann nicht wieder auf das Niveau von vorher, da werden die Gewinne noch mitgenommen. Ja, und ich kann nur hoffen, dass man hier es nicht zulässt, dass diese Überhitzung auch dauerhaft dazu führt. Weil, das muss man ganz klar sagen, das hat riesige Konsequenzen für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für viele Unternehmen. Und hier wird sich ein Stück weit ein Rad wieder zurückdrehen. Aber es wird einfach auf einem bestimmten Teuerungslevel, wird es bleiben. Und ich bin da voll bei dir. So wie es mal gewesen ist. Und auch Steigerungen in der Vergangenheit haben ja immer in einem moderaten Maß ein Stück weit zu tun gehabt, sodass das den einen oder anderen in seinem Alltagsverhalten jetzt nicht extrem beeinflusst hat. Das hat einen geärgert. Und es hat manche auch schon bisher in die Unabhängigkeit quasi getrieben, aus Überzeugung, manchmal sogar auch schon aus Frust. Aber was wir jetzt erleben, ist natürlich eine Explosion und auch ein Zusammenprall von Corona, internationale Globalisierung, aber in seiner negativen Art und Weise. Und natürlich ganz besonders die Energiekrise verbunden mit dem Ukraine-Krieg. Und das wird sich ein Stück weit hoffentlich alsbald wieder lösen. Aber trotzdem, Energie wird hochwertig und teuer bleiben. Denn, also wenn wir allein das Gasthema nehmen, es als LNG aus Amerika, aus Kanada oder sonst wo hierher zu schiffen, also das kann nicht günstiger sein, als jahrelanges russisches Gas über irgendwelche Pipelines hierher zu bringen. Und leider wird es ein bestimmtes Abhängigkeitsmaß vom Gas irgendwo noch geben. Und deswegen versuchen wir hier tatsächlich auch für viele Bürgerinnen und Bürger hier eine ernsthafte, sinnvollere Alternative für das Thema Nebenkosten hier vorzustellen. Von Eigenenergie, dem SCM-Magazin, gibt es eine Sendung, die heißt Energiekostenstopp geht das. Da haben wir mal kurz vorgeführt, wie Sie konfigurieren müssen, was gemacht werden muss, um sozusagen tatsächlich einen solchen Energiekostenstopp für sich organisieren können. Also Eigenenergieproduktion, Stromspeichern, Wärmepumpen, Elektromobilität und so weiter. Hier in der YouTube-Beschreibung finden Sie direkt den Link zur Sendung. Da können Sie genau nachsehen, was wir Ihnen in diesem Magazin empfohlen haben. Eine Frage haben wir in der Sendung nicht beantwortet und das wollen wir heute machen. Was kostet das Ganze eigentlich? Denn man muss ja auch etwas investieren und es muss sich ja auch amortisieren oder soll sich amortisieren neben dem Aspekt der Versorgungssicherheit. So, jetzt fangen wir mal an, das durchzudeklinieren, damit Sie mal, wenn Sie Neueinsteiger oder Neueinsteigerin sind, so einen ungefähren Eindruck davon bekommen, was kostet das eigentlich, wenn ich mich selber mit Eigenenergie für Komfort, Strom, Wärme, Mobilität versorgen will. Alles fängt an mit der guten alten Photovoltaikanlage mit einem Stromspeicher. Den brauchen Sie, um hohe Autarkie gerade zu erreichen. Siehe unsere vorherige Sendung dazu. Fangen wir mal an. Wir nehmen mal eine kleine Anlage. Photovoltaik, auf der Grafik sieht man es, mit Batteriespeicher 6000 Kilowattstunden. Kostet was, wie viel? Ja, ungefähr 22.000 Euro. Das ist jetzt tatsächlich aus einem praktischen Beispiel herausgegriffen. Wenige Wochen alt, in der Größenordnung, wie wir es hier haben. 8,1 Kilowattpeak ist die Anlagengröße, die sich aus der Modulleistung ergibt oder der Anzahl der Module. Und auch ein wichtiger Faktor dazu, der ja auch kostenrelevant ist, die 4,6 Kilowattstunden Batteriekapazität. Ich meine, hier das Herstellersystem auch benennen zu können. Das ist ein Solar-Edge-System, also mit Leistungsoptimierer, was auch nochmal ein Stück weit ja Mehrkosten verursacht, aber dafür auch Mehrwerte generiert und den auch ganz neu vom Hersteller jetzt auf den Markt gebrachten eigenen Batterien. Genau. Und damit kann man wie viel erzeugen? Ja, wir haben hier eine Anpassung der Anlagengröße ungefähr auf den Hausstromverbrauch, der hier zweifelsfrei, muss man ganz klar sagen, ungefähr 60, 70 Prozent über dem Bundesdurchschnitt liegt. Das hat oftmals damit zu tun, also wir sind ja viel im ländlichen Raum unterwegs und tatsächlich ist das so, wer ein Haus hat und auch ein Grundstück, der hat in vielen Fällen einen Verbrauch oberhalb des Bundesdurchschnitts. Ganz einfach, weil ein Grundstück ja auch mehrere Verbrauchsmöglichkeiten mit sich bringt. Das fängt an zum Teil, dass Bewässerungsberechnungsanlagen da sind, dass ein Pool in den letzten Jahren durch Corona gebaut wurde für die Kinder, um zu baden. Dass auch Rasenmäher, also selbst Haushaltsgeräte immer mehr in Richtung Elektro geht. Elektrorasenmäher, Elektrotrimmer sind ja überhaupt keine Seltenheit mehr. Also da geht schon ein Stück weit der Verbrauch auch eher tendenziell in die Höhe und so zwischen 5.000 und 6.000 Kilowattstunden. Das haben wir schon häufig. Holzspalter, dann wird für den Kamin Holz noch gemacht. Auch da mittlerweile elektrisch über Kraftstrom. Also das ist wirklich keine Seltenheit. Deswegen haben wir dieses Beispiel mal rausgesucht. Ja und diese 8,1 Kilowatt Peak Anlage und das ist mir immer ganz wichtig. Wir wollen hier nicht immer den Optimalfall hier gleich darstellen, sondern schon irgendwo ein bisschen Mainstream nenne ich es mal. Also das ist eine Anlage, die auch eine gewisse Abweichung hat von Süden und somit nicht, wie es ansonsten üblich wäre, über 8.000 Kilowattstunden erzeugen könnte, sondern wir gehen hier extra mal von ein bisschen weniger, von 7.000 Kilowattstunden aus wegen der Abweichung. Was aber einfach auf den typischen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren eine Gesamterzeugungsmenge von 140.000 Kilowattstunden darstellt. Und die Rechenweise, die wir jetzt hier anstellen, ist im Grunde ziemlich einfach. Denn mit dem Kauf oder mit dem Erwerb einer Photovoltaikanlage kaufe ich mir für den Investitionspreis quasi 140.000 Kilowattstunden auf einen Schlag für die nächsten 20 Jahre. Was ich damit mache, ist damit noch nicht gesagt. Da muss man noch ein bisschen schauen, wie optimal man auch dies in die entsprechend sinnvollste Eigenverwendung natürlich bringt. Aber ich erzeuge 140.000 Kilowattstunden, die ich mir auf einen Schlag erkaufe. Und so kommen wir auf die sogenannten Stromerzeugungs- oder Stromgestehungskosten, die für uns ein Parameter sind, die wir immer wieder natürlich auch mit alternativen Strompreisen, die ich von Anbietern vergleichen kann. Und da sind wir hier mit um die 15, 16 Cent Stromgestehungskosten einfach schon hier auf einem Level, wo man sagt, so mutig bin ich schon zu sagen, es wird nie wieder einen Anbieter geben, der zu diesen Preisen mir Strom anbietet. Und das erlaubt uns zu sagen, Solarstrom auch in dieser Dimension, dieser Größenordnung, ist jetzt schon unschlagbar günstig. Und insbesondere auch dank des Batteriespeichers, der sowohl nachts ein Stück weit einen Teil der Versorgung, der Grundlass übernimmt, aber auch tagsüber, ich habe das in anderen Sendungen ja auch schon ab und zu mal erklärt, auch da immer ein ausgleichendes Element auch wichtigerweise darstellt. Und ich glaube, gegen den Preis hat man nichts einzuwenden. Was kommt noch dazu? Versicherung? Geht irgendwas an den Anlagen kaputt in 20 Jahren? Was muss man da rechnen? Ja, das kann natürlich immer mal passieren, wobei man sagen muss, mittlerweile setzen wir, also bei diesem System haben wir zum Beispiel, wenn es das Solaright-System ist, die Optimierer haben 25 Jahre Garantie, die Wechselrichter haben werkseitig 12 Jahre Garantie, die Batterien 10 Jahre, da kann danach mal was kaputt gehen. Dann muss es aber auch ein Eigenverschulden des Systems sein, dann darf es zum Beispiel kein Gewitter oder irgendein Umwelteinfluss sein, weil das gleich wieder ein Versicherungsfall ist. Solche Anlagen empfehlen wir sehr häufig über eine ordentlich vernünftige Wohngebäudeversicherung zu integrieren. Die gibt es von Aufpreis 0 bis Aufpreis 50, 80 Euro im Jahr zu der Wohngebäudeversicherung, um dann die Anlage gegen die typischen Schäden Feuer, Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überspannung, Hochwasser, Sturm, schon gesagt, also das sind so die typischen Gefahren und wenn man ganz ehrlich ist, erfahrungsgemäß gibt es eigentlich nur zwei, drei wirkliche Gefahren. Das ist, Sturmschäden haben wir bei 6000 Anlagen wirklich so noch nicht gehabt, mit dem was wir installiert haben, immer toi toi toi. Gegen Blitzeinschläge, direkte, kann man nichts machen, da gibt es keinen Schutz, da muss die Versicherung im schlimmsten Fall die komplette Anlage neu bezahlen und kann man sie neu errichten lassen. Hagelschäden hängen ein bisschen mit der Dachneigung zusammen, mit der Modulneigung. Wenn ich, also bei 40, 45 Grad Dächern ist das fast ausgeschlossen, dass die kinetische Energie, sage ich jetzt mal, der Hagel, auch wenn die groß sind, sich da so entfalten kann. Bei flachen, bei Gewerbedächern, flach geneigt, ist das schon was anderes. Da haben wir schon dann auch entsprechende Schäden. Ja, gut, wir haben im Elbe, im Bereich der Elbe haben wir schon in Hochwasserzeiten Wechselrichterspeicher aus den Kellern vorher rausgeholt, ja, zur Sicherheit. Das mögen die jetzt nicht so. Und was vielleicht noch so ein Thema ist, auch ein Hinweis vielleicht für viele Zuschauer, das Thema Mardertierverbisse im ländlichen Raum wird ein bisschen unterschätzt. Ja, ist nicht immer bei Gebäudeversicherung enthalten. Und hier muss man einfach wissen, hier reden wir ganz schnell über Materialkosten, die durch den Schaden verursacht werden von, ich sage jetzt mal, 50, vielleicht 80 Euro, also überschaubar. Den Aufwand, der denn durch eine Fachfirma betrieben werden muss, Gerüst aufstellen oder Hubsteiger und Module hochnehmen, der ganze Personalaufwand, der ist dann schon schnell vierstellig. Und deswegen sind solche Kleinigkeiten schon sinnvoll zu berücksichtigen, auch wenn man so eine Gebäudeversicherung vielleicht anpasst oder zu einer wechselt, die solche Sachen dann ein bisschen üppiger enthalten hat. Und Wechselrichtertausch, Batterietausch? Nee, also meistens ist es so, dass wir mit vielen Gerätschaften ja gerade arbeiten, marktführenden Herstellern, die kaum noch komplette Gerätschaften tauschen, sondern tatsächlich, da findet ein Komponententausch statt, kennen wir fast nur aus Garantiebedingungen und auch in Garantiezeiten. Außerhalb der Garantiezeiten ist es meist so, dass wenn wir einen 12, 13, 15 Jahre alten Wechselrichter haben, dann haben wir meist den Leuten gesagt, Mensch, da ist die Garantie alle oder da ist die Garantie jetzt weg. Lass uns da vielleicht auf ein komplett neues Gerät gehen. Dann haben wir zum Beispiel manchen Kunden jetzt auch einen Hybridwechselrichter installiert, schon gleich mit Batterie oder die Batterie erst später. Also da ist dann nicht einfach nur Kosten verursacht worden, sondern da sind auch produkttechnische Mehrwerte dann gleich mit umgesetzt worden, um zu sagen, Mensch, dann kannst du da auch eine Batterie gleich mit ransetzen und kannst deinen Eigenverbrauch nochmal deutlichst erhöhen. Wir haben schon Sendungen dazu gemacht, ein Wechselrichter und eine Batterie mussten nicht automatisch innerhalb von 10 oder 20 Jahren ausgetauscht werden. Es kann durchaus sein, dass die Geräte durchlaufen. Absolut. Gut und hier hat auch im Bereich der Installateure, glaube ich, eine ganz, ganz große Lernkurve schon in den ersten Jahren stattgefunden, dass man mittlerweile und beim Batteriethema ist es noch viel sensibler als beim Wechselrichterthema, den Installationsstandort und das Thema Umgebungsbedingungen, Temperaturstabilität und so weiter eigentlich wesentlich sensibler betrachtet, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und das ist auch gut so. Gut, also das muss man auf sich zukommen lassen, ob sowas passiert oder nicht. Das war eine kleine Anlage mit 15 Cent oder 16 Cent Stromgestellungskosten. Je größer die Anlage wird, desto preiswerter wird es im Verhältnis. Und der Trend geht ja eindeutig zu größeren Anlagen, weil ich habe es ja schon gesagt, Komfortstrom, Wärme, Mobilität. Kalkulieren wir kurz mal eine große Anlage durch. Hier haben wir eine Anlage für 12.000 Kilowattstunden verbraucht. Da kommt dann schon eine richtig mächtige Anlage daher. Genau. Und hier haben wir jetzt auch schon den, ja, ganz gerne auch verwendeten Dimensionierungsschlüssel, dass man sagt, den Stromverbrauch, der hier zweifelsfrei schon höher ist. Aber da ist dann auch wirklich üppiger Lichtstrom, Komfortstrom, Wärmestrom, Mobilität ist da schon entsprechend in Größenordnung mit enthalten. Wo man dann sagt, ein Dimensionierungsfaktor Minimum 1,5 von Stromverbrauch zu Nennleistung der Anlage sollte immer berücksichtigt werden. Und wenn noch mehr geht, kann ich es jedem nur empfehlen. Das macht schon Sinn. Ein Batteriespeicher auch in entsprechend größerer Dimension, 12 Kilowattstunden. Hier kommt es wirklich darauf an, das will ich auch noch mal ganz klar sagen. Wenn ich die Effektivität oder Effizienz eines Systems nicht unbedingt auf die Spitze treiben möchte, wenn ich also dieses ganze Thema Sektorenkopplung und Kommunikation zwischen Photovoltaik und Wärmepumpe zum Beispiel durchs Energiemanagement auf die Spitze treiben möchte, dann kann ich, wenn Geld keine Rolle spielt, einen riesengroßen Batteriespeicher mir hinstellen und kann sagen, jeder Verbraucher kann machen, was er will. Ich habe alles überdimensioniert. Das ist aber nicht unser Ansatz. Weil eine Batterie kostet auch Geld. Und deswegen versuchen wir, die Batterie nur so groß zu dimensionieren, wie es wirklich sein muss, um bestimmte Grundlasten, die nicht flexibel sind, damit abzudecken. Und zum Beispiel flexible Verbraucher, und dazu zählen wir, die Wärmepumpe, die kann tagsüber schon ein Stück vorheizen. Und wenn ein Pufferspeicher besteht, dann kann die Wärme auch schon vorab beheizt werden. Und ich vermeide somit unnötige Betriebs- oder Laufzeiten so eines Verbrauchers über die Batterie. Das ist eigentlich so der Teil der Philosophie, die wir hier haben. So, das ist also eine richtige Sektorenkopplungsanlage für auch den Betrieb der Wärmepumpe-Mobilität. Die produziert natürlich mit 83.000 Kilowattstunden in 20 Jahren eine ganze Menge. 19.000 Kilowattstunden im Jahr. Das ist das Gleiche. Ich kaufe mir einfach eine riesengroße Menge eigenerzeugte Kilowattstunden auf einen Schlag, so ungefähr, über den Zeitraum und komme damit natürlich von den Stromgestehungskosten nochmal ein Stück weit runter. Hier geht es dann immer nur darum zu sagen, was mache ich aus der Kilowattstunde? Kriege ich es in den Eigenverbrauch in höchstgrößtem Maße? Und wie viel wird denn als Überschuss dann eingespeist? Das ist denn die Aufgabe, über die Jahre das auf ein Optimum zu bringen. Ja, Sie haben es gesehen. Statt 15,7 Cent liegen wir nur noch bei 11 Cent pro Kilowattstunde. Und wie gesagt, das ist der Preis für immer. Da kommt keiner daher und sagt, wir erhöhen den Preis. Und neben wirklich dieser geringen Preise für Energie ist für mich eins der entscheidenden Argumente bei diesen 11 Cent. Und lassen Sie es 15 Cent sein. Von mir können es auch 20 Cent sein. Sie können mit diesen Energiekosten langfristig kalkulieren und das gibt mir einfach Sicherheit. Absolut. Eine Ergänzung ist sicherlich hier wirklich noch wichtig, was das Thema schlüsselfertige Kostendarstellung betrifft. Da muss man einfach sagen, das muss sich im Detail angeschaut werden. Und ob die Elektroanlage noch Stand der Technik ist oder erneuert werden muss in der Größenordnung 1.600 oder 2.500 Euro, weil das alles alt ist und nicht mehr der aktuellen VDE entspricht. Ob das Gerüst in großem Stil erforderlich ist. Ich kenne jetzt gerade ein Beispiel, wie wir eine Stadtvilla einrüsten müssen und ich mich selber erschrocken habe, dass da 4.500 Euro Gerüstkosten jetzt entstehen, die natürlich auch unglaublich zu Buche schlagen, wo ich dem Kunden schon mal gleich vorgeschlagen habe, hast du nicht noch irgendwas an der Fassade oder so zu machen? Weil diese Kosten sind immer verbunden mit vier Wochen Standzeit Minimum und die Kosten sind so hoch, kann man nicht noch irgendwas anderes dafür nutzen? Das tut mir denn selber ja immer in der Seele weh, dass die Solaranlage denn solche Nebenkosten mit erwirtschaften muss. Bei der Elektroanlage ist das eigentlich immer ein bisschen anders. Da sage ich, wir erneuern das. Da müsste man irgendwann sowieso hinkommen, Elektroanlage auf einen neuen Stand bringen, auch aus Sicherheitsgründen und weil die Netzbetreiber es auch irgendwann fordern. Aber das ist halt der Punkt, wo wir über schlüsselfertige Konstellationen reden, bis hin auch zur Wallbox, die ja auch nicht im Haus hängt oder im Hauswirtschaftsraum. Da müssen wir auch wieder erst aufwendig oftmals Kabel legen oder auch Kraftstromkabel legen lassen durch den Kunden mit Datenkabel bis zum Punkt, wo das Auto steht, um halt auch dieses solare Laden zu gewährleisten. Das ist Photovoltaik und Speicher und dann haben wir ja gesagt, Sektorenkopplung, kommt das Heizen dazu, da ist die Wärmepumpe gesetzt, um die Gastherme zu ersetzen. Die Gastherme ist ja genau das Ding, was im Moment der Treiber der Energiewende ist, weil die Gaskosten explodieren, im wahrsten Sinne des Wortes explodierende Gaskosten. Und da muss man dann schauen, dass eine Wärmepumpe ins Haus kommt und wir haben also eine ungefähre Preisübersicht für eine Wärmepumpe. Da liegen wir dann zwischen 20.000 und 25.000 Euro. Für eine Luftwärmepumpe im Bereich der typischen Objektehäuser von, ich sage jetzt mal 100 bis 150, 160 Quadratmeter, die so diese typischen Wärmedimensionen halt haben. Also da reden wir jetzt nicht von der 800 Quadratmeter Großvilla. Das sind dann nochmal andere Kosten, die da entstehen. Wenn man eine Solowasserwärmepumpe haben möchte, da ist jetzt nicht der Preis niedriger, die kostet genauso viel wie eine Wärmepumpe, aber dann kommt eben die Bohrung noch dazu. Die sind auch teurer geworden, da rechnet man jetzt mit 12.000 bis 20.000 Euro. Ja, da müssen wir hier bei der Grafik tatsächlich aufpassen, da müsste eigentlich noch ein Plus hinzu. Also die Summen, die dort stehen, 12.000 bis 20.000 Euro plus, also zuzüglich dessen, was eine sonstige Luftwasserwärmepumpe kostet, denn das kann man sehr verallgemeinern sagen. Eine Luftwärmepumpe und eine Solowärmepumpe als Gerät sind kostentechnisch ziemlich ähnlich oder ziemlich vergleichbar. Das sind, wenn überhaupt, minimale Preisunterschiede, eher so eine Herstellergeschichte auch. Aber die Geräte an sich liegen preislich auf fast einem Level. Das heißt, eine Solowärmepumpe hat nahezu nur die Bohrkosten als Mehrkosten, aber die sind mittlerweile, wie wir sie hier beschrieben haben, mit 12.000 oder 20.000. Also es kommt wirklich um die Parameter an, die dort beim Bohren festgestellt werden, ab welcher Tiefe welche Wärmeleistung generiert werden können. Die Warmwasserwärmepumpe, könnte auch heißen, kann man immer machen Pumpe. Die ist mit 4.000 Euro schon wieder relativ günstig. Die kann man deshalb immer machen, selbst wenn man eine Gastherme hat und Photovoltaik hat, muss man die Gastherme nicht anschmeißen. Oder die Wärmepumpe, die klassische Heizungswärmepumpe nicht anschmeißen, wenn man eine Wasserwärmepumpe hat. Die kann man eigentlich sozusagen separat laufen lassen. Das ist auch teurer geworden. Leider Gottes, also da lagen wir vor drei Jahren so bei ein bisschen über 3.000, 3.500. Auch da sind die Kosten jetzt noch umgegangen. Die Brauchwasserwärmepumpe hat schon sehr klar die solarthermischen Anlagen verdrängt, muss man hier sagen. Aber sie bieten mir die Möglichkeit, eine komplette Entkopplung der Primärheizung von der Warmwassererzeugung durchzuführen. Das heißt, wenn ich eine Öl- oder Gasheizung habe, völlig egal. Oder auch Biomasse, also Holz im Sommer verbrennen, um Wasser warm zu machen, ist genauso blödsinnig in meinen Augen. Da kann ich tatsächlich von, was weiß ich, April bis in Oktober hinein sagen, Primärheizung aus. Und die Warmwassererzeugung wird sowieso separat über eine Warmwasser- oder Brauchwasserwärmepumpe generiert. Die eine, das muss man hier wissen, im Unterschied zu einer Heizungswärmepumpe, wo wir elektrische Aufnahmeleistung von 1,5 bis 2, 2,5 kW halt haben. Also schon ein bisschen Bedarf an Strom. Da hat eine Brauchwasserwärmepumpe gerade mal 500 Watt. Und das ist auch das Attraktive, dass wir da eine sehr, sehr hohe Photovoltaikabdeckung immer generieren können. Weil diese 500 Watt, die haben wir, ich würde behaupten, in fast zehn Monaten des Jahres fast immer konstant über eine gute Photovoltaikanlage zur Verfügung. Klima- und Lüftungsgeräte kommen immer mehr in den Fokus. Lüftungsgeräte, Hauslüftung ist sowieso gut, kann man ein bisschen Wärme auch wieder einsparen. Klimatisierung in heißen Tagen spielt eine größere Rolle, eine immer größere Rolle. 6.000 bis 7.000 Euro. Würde ich im Neubau immer empfehlen. Ich habe es bei mir halt auch gemacht und weiß es absolut zu schätzen, dass das Thema Luftqualität, aber auch ich muss nicht mehr lüften. Ich habe nicht das Problem, dass ich, ich sage mal, mühsam erwärmte Luft- oder Raumtemperaturen dann durch Lüften wieder aus dem Haus werfe, um es dann wieder nachheizen zu müssen. Ich habe ein hohes Maß an Wärmerückgewinnung über ein intelligentes System. Ich habe zum Teil sogar Enthalpie-Systeme mittlerweile, also sprich auch eine Luftfeuchtigkeitsrückgewinnung bis zu 60 Prozent, die damit generiert wird. Also tolle Systeme. Im Altbau muss man fairerweise sagen, in mehrstöckigen Gebäuden sehr oft unmöglich nachzurüsten. Wo es gute und einfache Möglichkeiten gibt, ist oft im Bungalow-Stil, also wo ich den Dachboden noch zur Verfügung habe und tatsächlich über den Dachboden von in jedem Raum auch über die Decke dann rankommen kann. Und so ein Lüftungssystem zum Beispiel nachrüsten kann, um für bessere Luft zu sorgen, um auch Schimmel und Feuchtigkeit in bestimmten Räumen, gerade in den Feuchträumen, entgegenzuwirken. Also auch das ist da in der Hinsicht möglich. Beim Thema Wärmepumpen gibt es eine erfreuliche Nachricht, die wird finanziell unterstützt, zumindest bei Bestandsbauten und die neuen Förderrichtlinien sind da. Wir haben eine Liste vom 15. August 2022 und da hat man beim Bestandsbau mit älteren Gasthermen oder Ölheizungsanlagen tatsächlich die Möglichkeit eine Förderung zu erlangen, die dann die Preise, die wir Ihnen gerade genannt haben, reduzieren und die liegen zwischen 25 und 40 Prozent kann man dazu bekommen. Also ich hoffe, dass jetzt mit der Nennung der Preise jetzt nur ganz wenige abgeschaltet haben vor Schock, sondern auch da geblieben sind, um jetzt wieder ein bisschen durchatmen zu können, dass die genannten Preise sich dann tatsächlich um diese entsprechenden Prozentzahlen nochmal reduzieren. Und bei zum Beispiel Gasanlagen sind es dann 35 Prozent, wenn die über 20 Jahre alt sind, sind sie unter 20 Jahre. Das ist auch die Neuerung in den neuen Förderrichtlinien sind es nur 25 Prozent. Gehe ich von einer Ölheizung auf eine Luftwärmepumpe sind es 35 Prozent. Das Höchste, was man überhaupt bekommen kann, waren früher mal 45, jetzt sind es 40 Prozent, wenn ich von einer Ölheizung, alter egal, auf eine Sohlewärmepumpe gehe. Erdwärme entweder durch Tiefenbohrung oder es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn ich großes Grundstück habe, auch theoretisch einen Flächenkollektor in so 1,50 Meter Tiefe zum Beispiel zu verlegen. Aber es ist auch ein sehr großer Aufwand der Erdarbeiten. Ja, aber 35 oder 25 Prozent zu bekommen, finde ich schon eine ganze Menge. Also ich finde das nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Wir bekommen auch sehr oft die Frage gestellt, es ist ja, wie gesagt, ein relativ neues Programm, was die aktuelle Bundesregierung auf die Beine gestellt hat als Nachfolgesystem der alten BAFA-Förderung. Wie groß ist der Topf, wie lange wird der voll sein, wie lange kann man das machen, wie lange muss ich warten? Da muss ich sagen, da können wir leider nur mit den Schultern zocken und sagen, wir wissen es nicht. Wir hoffen, dass da so viel drin ist, dass das ein sehr langfristiges Nachhaltesystem ist, denn der politische Wille ist ja dementsprechend hier und das umzuändern oder den Wechsel hier auch zu vollziehen. Und der Altbau ist der größte Hebel, den wir da haben und auch der Politik ist es ja nicht entgangen, dass wir auch, was die Installateursdichte betrifft, da ein bestimmtes Defizit auch haben. Genauso das Thema Lieferengpass, dass ich hoffe, dass das Programm wirklich so drei, vier, fünf Jahre mindestens aktiv bleibt, gegebenenfalls da nochmal Budgets nachgeschoben werden müssen. Das glaube ich schon, um am Ende auch wirklich wirkbare Veränderungen auch vornehmen zu können. Das Schöne, meine Damen und Herren, die Beantragung macht SCM Energy. Haben Sie nichts mit zu tun? Ich hoffe, das hast du gerade nicht gehört, Stefan. Als letztes kommt dann die E-Mobilität dazu. Da ist dann die gute alte Wallbox fällig, aber andere Wallboxen füllen wir gar nicht aus. Wir brauchen eine intelligente Wallbox, die im Solarmodus lädt. Das heißt, wenn die Photovoltaikanlage Strom liefert, rein ins Auto und eine intelligente Wallbox sorgt dafür, dass wirklich nur vom Dach geladen werden kann und nicht noch schnell Netzstrom bezogen wird. Eine dumme Wallbox holt sich den Strom, egal wo er gerade herkommt. Also eine intelligente Wallbox braucht man. Was kostet die? Immer ein bisschen davon abhängig, wie weit die entfernt ist. Aber zwischen 2200 und 2800 Euro kommt ein bisschen auf diese Kabelwege an, weil es muss halt Kraftstrom sein. Und also bis zu 2800 Euro kann das schon betragen mit heutzutage sogar diese RFID-Chips, also wo man sagen kann, ich habe einen Dienstwagen, ich habe einen Privatwagen und ich kann mit zwei verschiedenen Chipkarten zum Beispiel oder Schlüsselhaltern, kann ich unterschiedliches Monitoring fahren, separat auswerten, die Mengen, die der Dienstwagen vertankt zu Hause und die der Privatwagen tankt. Also da gibt es schon tolle Innovationen und auch relativ neu jetzt das Thema automatische Umschaltung von dreiphasig auf einphasig. Das muss man erklären, obwohl es ein bisschen techniklastig ist, dass bestimmte Autos eigentlich entweder nur dreiphasig ab bestimmten Leistungen laden können oder einphasig über eine Steckdose. Und nur ganz, ganz neue, wenige Wallboxen sind in der Lage, da automatisch umzuschalten und würden ansonsten, wenn das nicht geht, das Laden einfach ab, also unterhalb zum Beispiel von 3 kW, das Laden einfach unterbrechen. Und dann sagen wir, nein, das wollen wir dann weiterführen. Die genannten Preise, die Zirka-Preise sind aber inklusive der Installation oder kommen die noch oben drauf? Nein, schlüsselfertig bedeutet ja, dass wir wirklich alles, was an Kosten anfällt, abgesehen von irgendwelchen Eigenleistungen, also wenn zum Beispiel jemand das Kraftstromkabel zur Garage selber verlegen möchte, da sind wir überhaupt nicht böse drum, sparen wir uns wieder ein bisschen Aufwand, Arbeit und Kapazitäten. Ansonsten ist das alles, was vereinbart ist, ist da tatsächlich mit drin. Da wollen wir nicht mit irgendwelchen Exklusivkosten im Normalfall rechnen. Wenn Sie zu SCM Energy gehen und möchten eine solche Anlage haben, dann wird Ihnen auch eine Amortisationsrechnung vorgelegt. Da können Sie erkennen, wann rechnet sich die Anlage, wann hat sich das sozusagen bezahlt gemacht. Wir zeigen Ihnen mal zwei Ausschnitte aus der Amortisationsrechnung und zwar genau für diese 42.000 Euro Investition. Das ist also eine 20 kW Peak Anlage mit einem 12 Kilowattstunden Speicher gerechnet. Und da sehen wir dann hier mal einen Preis von 42.155,95 gerechnet. Genau diese Anlage und daraus können Sie sehen, was sich für einen Strompreis für Sie errechnet. Ja, Branchenkenner werden uns ja vermutlich gleich vorwerfen, Mensch, die Ertragswerte sind viel zu schlecht. Wenn wir gleich den zweiten Teil dieser Seite sehen, dann sehen wir da den sogenannten Globalstrahlungswert vom Deutschen Wetterdienst. Da muss ich zugeben, wir sind da ein bisschen retro unterwegs und arbeiten hier quasi mit Langzeitwetterdaten aus dem Durchschnitt des Zeitfensters 1980 bis 2010. Und wenn man mit diesen langjährigen Mitteln arbeitet, kann man sagen, das sind zumindest erstmal messbare langjährige Durchschnittswerte, die das Programm uns hier über den Deutschen Wetterdienst zur Verfügung stellt, hat aber mit den Sonnenstunden und den Erzeugungswerten, die wir jetzt in den letzten 5, 6, 10 Jahren hatten, nichts mehr zu tun. Nun erfahren wir hier natürlich die Philosophie, dass wir sagen, okay, wenn es am Ende in der Realität höher ist, da hat sich komischerweise noch keiner beschwert. Und deswegen behalten wir das einfach bei, wissen aber, dass wir, wenn wir hier sehen, das ist eine Anlage, die, ich glaube, Module in drei Richtungen hat, in fast gleichen Dimensionen, also Ost, Süd und West und aus einer 20 Kilowatt Peak Anlage hier gerade mal im Durchschnitt 17.500 Kilowattstunden zu erzeugen, ist schon nicht so viel. Ja, also da ist noch Luft nach oben, aber lieber so als andersherum gehen wir da bewusst, wie auch in anderen Bereichen, lieber etwas konservativer ran. Ja, auch der Strompreis ist ein bisschen vorsichtig gerechnet. 39 Cent wird gerechnet mit einer jährlichen Steigerung von 2%. Ich weise darauf hin, dass ich in diesem Jahr eine Erhöhung für 60% bekommen habe. Das heißt, es ist die zweite Erhöhung sozusagen. Also die 2% habe ich jetzt sozusagen schon für Jahrzehnte in einem Jahr erreicht. Ja, aber hier bin ich als Chef jemand, der bei uns im Unternehmen hier ganz klare Vorgaben macht, dass wir den Blick in die Zukunft und hier müssen wir ganz ehrlich sein, alles was wir hier machen, ist ein Stück weit spekulativ. Das hat, also wir nehmen hier die Glaskugel und versuchen zu analysieren, wie Stromverbrauch auch seitens des Kunden und auch Strompreise sich in den nächsten 20 Jahren entwickeln. Das wissen wir alles nicht. Und ich tue mich damit schwer, auch wenn wir momentan diese Explosionsart, die Entwicklung halt haben, ja, aber anzunehmen, dass das immer so bleibt. Und das ist einfach bei allem Respekt, das ist wahnsinnig viel Geld für uns, für mich, auch für potenzielle Kunden. Und das auf Basis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zu machen, die auf Kante genäht ist, so nenne ich es jetzt mal, mit maximal möglichen Strompreisen, die wir jetzt halt ja gerade haben, da tue ich mich eigentlich schwer mit. Und da ist mir diese Berechnung, die Strompreise beinhaltet, die wir jetzt in den letzten Monaten ein Stück weit bekommen haben, wo ich glaube, dass das ein Level ist, was immer noch auch langfristig sehr hoch sein könnte, aber vermutlich sich ein Stück weit da einpendeln könnte, was ich nicht für unrealistisch halte. Und dann auch mit Preissteigerungsraten. Ich weiß, es gibt da den einen oder anderen auch in der Branche, der da mit ganz anderen Dimensionen rechnet, fünf, sechs Prozent. Aber das sage ich immer wieder, nur weil in der Vergangenheit Strompreissteigerung in Größenordnung fünf, sechs oder jetzt zehn, 15 Prozent da gewesen sind, muss das noch lange nicht heißen, dass es in Zukunft so ist. Und deswegen gehen wir hier mit diesen sehr, sehr typischen verwendeten zwei Prozent, die für Inflationsausgleich, Preisausgleich sehr gerne verwendet werden, glaube ich, sehr moderat dran. Und wenn es alles anders kommt und noch viel schlimmer, dann hat sich die Photovoltaikanlage noch mehr gerechtfertigt und auch gelohnt. Und dann, wiederhole ich mich gerne, habe ich noch keinen erlebt, der sich bei uns oder bei mir beschwert hat. So, und jetzt in dem gelben Posten können Sie genau sehen, was da steht. Konservativ gerechnet, vorsichtig gerechnet, sehr viel Einspeisung gerechnet. Wenn Sie einen Stromspeicher haben, können Sie mit so einer Anlage meiner Meinung nach sehr viel mehr Strom selber verbrauchen. Auch das ist hier sehr vorsichtig gerechnet. Und da kommt man dann auf Stromgestehungskosten von 0,12 Euro, also 12,2 Cent pro Kilowattstunde. Und da steht es jährlicher Einspeiseerlös und gesparte Stromkosten 4.425 Euro im ersten Jahr, wenn ich es hochskaliere, also in zehn Jahren. Neun Jahre, das kann man schon ausrechnen, dass ich ungefähr auf neun Jahre herauskomme, bis sich das Ganze gerechnet hat, wenn diese konservativen Ansätze so bleiben. Und das ist, glaube ich, realistisch. Nochmal vielleicht eine kurze Anmerkung zu der Aufteilung der Strommengen. Wir haben diese Erzeugungsmenge von 17.500 Kilowattstunden hier, wo eine sehr, sehr entscheidende Frage wirklich ist und wo der Kunde in der Verpflichtung, sage ich mal, oder in der Herausforderung steckt, das wirklich zu maximieren. Und wir haben hier diese 55 Prozent Eigenverbrauchsanteil. Das heißt, wir gehen von aus, dass diese überdimensionierte PV-Anlage, und das ist sie, mit dem Faktor 1,6, 1,7 zum Verbrauch von 12.500 Kilowattstunden. Und das sind diese 9.780 Kilowattstunden, die wir hier haben, die 55 Prozent darstellen. Das sind ungefähr, ich glaube, 77, 78 Prozent dessen, was an Jahresverbrauch da ist. Und viel weit drüber würde ich da auch nicht gehen. Da wissen wir aufgrund von vorliegenden Referenzen, das ist schaffbar, das ist erreichbar. Aber da ist irgendwo auch die Grenze, sodass es immer zu dieser Einspeisemenge in der hier benannten Dimension von 45 Prozent vermutlich kommen wird. Wenn der Kunde es schafft, es weiter zu optimieren, wunderbar, toll. Aber irgendwo sind dem auch Grenzen gesetzt. Und die Wirtschaftlichkeit ist hier ja aber dennoch, und darauf wollen wir ja hinaus, macht so ein Investment Sinn. Und wenn ich hier sehe, die neun Jahre haben wir so schon ausgerechnet gehabt, braucht man das Programm nicht. Aber dass hier aus dem eingesetzten Kapital über ein Zeitfenster von 20 Jahren eine Rendite von knapp 10 Prozent entsteht. Und vielleicht nochmal ganz kurz zurück auf die erste Seite. Wir haben dort auch laufende Kosten integriert, in der Größenordnung 120 Euro pro Jahr. Das muss ich auch kurz erklären. Die hängen damit zusammen, dass wir einerseits sagen, so ungefähr 50 Euro pro Jahr für Mehrkosten Gebäudeversicherung. Viel mehr sollte es nicht sein. Und dann muss man sich vorstellen, reden wir über 70 Euro verbleibende Kosten, die man sich beiseite legen muss, um alle vier oder fünf Jahre in der Größenordnung, 350 Euro, sage ich mal, so eine komplette Wartung, so einen Check machen zu müssen. Ich rate für solche Anlagen bei jährlichen Wartungen ab, dass es in meinen Augen Geld verbrennt. Das Einzige, es gibt ein paar Anlagen, die ein gewisses Verschmutzungsrisiko haben, die man gegebenenfalls öfter mal reinigen muss. Da können Kosten auftreten. Aber das ist dann wirklich eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Ansonsten eine PV-Anlage als Gesamtsystem, die sowieso an einem kompletten Monitoring hängt, alle fünf Jahre durchzuchecken in der Größenordnung. 70 Euro habe ich jetzt kalkuliert, mal fünf Jahre, 350 Euro. Also da kann man schon von ausgehen. Und dann ist das auch nicht übertrieben. Da steht 105.000 Euro. Das ist das, was die Anlage sozusagen dann letztlich ausspuckt. Ja, das ist allerdings sicherlich auch, das ist ein bisschen unglücklich vielleicht formuliert vom Programm. Ich bin da jetzt nicht der Programmierer. Die Kombination aus A, auch was ich eingespart habe, was ich sonst gekauft hätte an Stromkosten und was ich trotzdem noch an direkten Erlös hatte durch Einspeisung ins Netz. So muss man das kombiniert verstehen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, das, was ich an Geld investiert habe, 42.000 Euro, da wird schon ein bisschen mehr draus, nachher unterm Strich. Und ich weiß nicht, wie viele vergleichbare, seriöse, sichere Investitionen es in der heutigen Zeit gibt. Ja, und ich kann es immer wieder betonen, das Entscheidende ist, wenn Sie es machen, dann sind Sie sozusagen auf der kalkulatorisch sicheren Seite und müssen sich solche schreiben, wie ich sie gerade bekommen habe, von 51 Cent auf 81 Cent innerhalb von wenigen Monaten, 60 Prozent Strompreiserhöhung, kann man dann drüber lächeln. Ja, es tut auf jeden Fall nicht mehr so weh. Und von daher kennen wir viele, viele, viele Kunden, die das auf jeden Fall nicht bereuen. Also ich kenne auch gar keinen, der sagt, er wird es nicht mehr machen. Es gibt schon den einen oder anderen, der dann irgendwann mal anfängt zu sagen, ich habe hier noch ein Fleckchen und da noch eine kleine Wand und können wir da noch was ranlegen, wo wir auch manchmal die Vernunft dann walten lassen wollen und sagen, Mensch, das macht jetzt aber keinen wirklichen Sinn. Der Effekt, den du dir da jetzt vorstellst, der wird nicht so sein. Also auch da versuchen wir ehrlich, objektiv auch zu beraten, um zu schauen, ob Leistungssteigerungen dann im Nachgang Sinn machen oder eher nicht. Also manche würden sagen, jetzt müssen wir mal 42.000 investieren in eine große PV, großen Speicher, dann nochmal eine Wärmepumpe, dann noch eine Wallbox. Und wenn man dann die Förderung abzieht, kann man, sagen wir mal, so bei 50.000, 55.000 Euro, damit kriegt man eigentlich schon ein gutes Paket in der Sektorenkopplung hin. Ja, also eine Wärmepumpe, wie gesagt, kommt ein bisschen auf Haus drauf an. Wenn man sagt, abzüglich Förderung sind das viele, die verbleiben dann so mit 13.000 bis 18.000 Euro an Investitionskosten, die verbleiben. Wenn man jetzt diese PV-Anlage als Maßstab nimmt, in der Größenordnung 40.000 Euro, also dann sind es vielleicht nachher so 60.000, 65.000 Euro, die schon als Investition dastehen. Viel Geld, unbestritten. Aber die Frage ist immer, was steht auf der anderen Seite der Medaille? Und da haben wir, glaube ich, jetzt schon mehrfach gezeigt, ohne da Angst machen zu wollen, wenn da dreistellige Summen stehen, mit ob nur 120, 130, 150.000, das sei alles mal dahingestellt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass nichts machen einfach wahnsinnig teuer wird. Und von daher, wir können auch ein bisschen polemisch sein und sagen, nichts machen muss man sich leisten können. Ja, also die Anlagen zahlen sich ja von selber ab. Ja, natürlich. Es ist ja ein reines Gewinngeschäft, weil ob ich mehr Geld dem Energieversorger gebe, ich investiere das Geld nicht in meine eigene Anlage, sondern ich investiere das Geld in den Energieversorger und mehr davon. Ja, und hier hoffen und wünschen wir uns natürlich auch weitergehend auch eine sehr aktive Unterstützung, auch von regionalen Banken zum Beispiel, denn logischerweise ist das auch klar, dass nicht jeder so viel Geld auf der hohen Kante hat. Und langfristige Investitionen, also jeder Unternehmensberater oder auch Banker weiß eigentlich, dass langfristige Investitionen auch sinnvoll sind, langfristig zu finanzieren, also sprich über Kredite. Jetzt haben wir da auch ein bisschen Zinskostenerhöhung, das finde ich ein bisschen schade, sage ich mal, rein aus unserer Sicht, sehr egoistisch betrachtet. Ich fand die Phasen, die wir jetzt hatten, auch wenn das für die Sparer ein bisschen schlimm war, aber wo PV-Anlagen für 1% oder 1,3% jahrelang finanziert wurden, war schon nicht schlecht. Jetzt geht das so in Richtung schon 3% eher, was zu finanzieren ist. Aber bei diesen Renditen, und ich habe es ja gerade auch mehrfach gesagt, die wir auch wirklich sehr vorsichtig in der Zusammenstellung jetzt hatten, wenn man dann da noch irgendwie 3-4% von abknapst, ohne jetzt selber wirklich groß in finanzielle Vorleistung gehen zu müssen, sondern das refinanzieren lassen möchte, ist das trotzdem immer noch ein absolut sinnvolles Geschäft. Und das Ziel, mich unabhängig zu machen und vor dem, was ansonsten noch an Gefahr da wittert, dass weitere Steigerungen, die wir jetzt auch nicht abschützen können, doch noch irgendwo kommen, die kann ich hier in dem Falle definitiv ausgleichen. Die Rechnung, die wir jetzt an der Amortisation haben, die hat eine klare Schwäche, muss man noch dazu sagen. Wir haben die Kosten für die Anlagen, für PV, Speicher, Wärmepumpe, Ballbox, haben wir jetzt benannt nach den gestiegenen Kosten der aktuellen Situation. Die Amortisationsrechnung, die wir jetzt den Zuschauern präsentiert haben, ist aber noch sozusagen gerechnet aus den guten alten Zeiten, als wir die explosiven Strompreis- und Gaspreissteigerungen noch nicht hatten. Also das ist noch eine Amortisationsrechnung aus der guten alten Zeit mit 2% und 39 Cent und das Gas war auch noch billig und so weiter und so fort. Und dann kommen wir auf eine Amortisationszeit von neun Jahren für alte Verhältnisse. Bei den explodierenden Energiekosten, die wir jetzt haben, sinkt die Amortisationszeit für solche Anlagen um Jahre. Das geht ja viel schneller in Wahrheit. Deswegen kann ich ja auch ganz klar sagen, die Preise, die wir heute genannt haben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, was den individuellen Fall betrifft, aber es sind schon aktuelle Preise und auch hier wieder mal aus dem Nähkästchen geplaudert, also diese große Anlage mit 42.000 Euro, ja die hat natürlich vor anderthalb Jahren, hat die auch nur in Anführungsstrichen 37.000, 38.000 Euro kostet. Das heißt, da sind schon auch Preissteigerungen, die wir bei den Modulen, bei der Unterkonstruktion, auch bei den Batteriespeichern, die sind da schon auch so eingepflegt und ich hoffe und wünsche mir für uns alle, dass wir da irgendwo jetzt am Ende der Fahnenstange der Preissteigerung sind und das zumindest erstmal so bleibt und nicht noch weitere entsprechende Preissteigerungen dazukommen. Ja, wir haben ja am Anfang der Sendung eine ganz andere Preisdimension gezeigt. Das ist bei 39 Cent sozusagen Netzbezugskosten gerechnet. Wer kann solche Anlagen realisieren? Versachsen-Anhalt, Niedersachsen, in der Altmark, Spielraum 100 Kilometer, kennen wir die Antwort. SCM Energy? Wir geben uns ganz viel Mühe. Aber Sektorenkopplung, nicht nur Photovoltaikanlage, Wärmemobilität, macht SCM dazu? Nicht im Umkreis von 100 Kilometern, weil das muss man fairerweise sagen, wir schaffen es mit unseren aktuellen Kapazitäten, Heizung zum Beispiel, also Wärmpumpen tatsächlich nur im Bereich 60, 70 Kilometer Umkreis zu realisieren. Mehr schaffen wir nicht. Wir sind aber wirklich dabei, auch da zu expandieren und auch in Zukunft da eine andere Schlagkraft zu generieren. Was wir aber auf jeden Fall machen, um da Leute auch, die ein bisschen weiter weg wohnen von uns, da zu unterstützen, wo wir zumindest die PV-Anlage zwar installieren, weil eine Photovoltaikanlage einen anderen Servicebedarf hat als eine Heizung. Das muss man fairerweise auch sagen, dass wir da zum Teil auch Kooperationen haben, also auch Heizungsinstallateure, denen wir die Photovoltaikanlage als tolles Beibringsel quasi mitliefern und sie uns unterstützen, dass auch Wärmpumpen dann bei Kunden von uns installiert werden. Und auch das ist eine Kooperation, die zum Teil in Zukunft vielleicht ein Lösungsansatz ist, denn das Wachstumspotenzial muss erstmal weiterentwickelt werden. Wie lange wartet die Kunden? Bei vielen anderen Firmen auch. Auf Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpe? Also Stand heute Photovoltaik, acht, neun bis zu zehn Monate, hängt ein bisschen von den Komponenten auch ab. Und im Wärmepumpenbereich ist es zum Teil genauso. Wir versuchen da gerade uns breiter auch aufzustellen. Es gibt Wärmepumpenhersteller, die haben elf, zwölf Monate Lieferzeit gerade. Ja. Also meine Damen und Herren, die ungefähren Größenordnung der Kosten haben sie. Ein bisschen Wartezeit muss man mit einrechnen, aber es ist, muss man als Publikumsbeschimpfung sagen, viele haben auch sehr viele Jahre nichts gemacht. Und davor ist ja auch gewarnt worden zu sagen, passt mal auf, die Engpässe kommen irgendwann. Sowas wie ein Krieg konnte keiner vorhersehen. Aber diese sechs bis neun Monate kriegt man hin. Vielleicht wird es auch nochmal ein Jahr, aber dann ist das auch gemacht. Letzter Tipp an der ganzen Geschichte, man muss es nicht im Gesamtpaket erwerben. Man kann auch erst Photovoltaik Speicher machen, Wärmepumpe später. Also man kann auch sozusagen Step by Step das Ganze machen. Ja. Und vielleicht ist es sogar so, dass die Förderkulisse es den einen oder anderen zwingt oder auch motiviert zu sagen, meine Heizung, meine Gasheizung ist jetzt 18 Jahre alt. Und in der Erhoffnung oder in der Erwartungshaltung, dass die Förderung in zwei Jahren noch stabil bleibt, in zwei Jahren erhöht sich die Förderung um 10 Prozent von 25 auf 35. Vielleicht ist das für den einen oder anderen Motivation, das ein bisschen zu schieben und noch zu warten. Ist jetzt auch kein Beinbruch. Wichtig ist, dass man es irgendwann halt macht und da wegkommt oder ansonsten mit den weiterhin hohen Kosten ansonsten leben muss. Das ist, denke ich mal, immer ein ganz, ganz individuelles Thema. Ja, die Wirtschaftlichkeit ist also eindeutig bewiesen und es gibt noch einen ganz anderen Grund, das zu machen. Ich bin oller Mieter und wenn ich dann solche Briefe bekomme, dass mein Stromtarif von 51 Cent auf 81 Cent einfach steigt und ich kann als Mieter nichts machen, ich ärgere mich schwarz darüber und denke, wie kann ich selber Energie produzieren? Und wenn Sie in der Lage sind, Eigenenergie produzieren und nutzen zu können, dann haben Sie schon das Große losgezogen. Und wenn Sie Stefan Korneck mit SCM dazu bekommen, dann haben Sie den Hauptgewinn. Das war Eigenenergie, das SCM Magazin. Das war Eigenenergie, das war Eigenenergie, das war Eigenenergie.